So, wir haben uns hier alle registriert jetzt und da mache ich die App auf. So, dann schauen wir mal. Hier sind die Rules drin. Das heißt, bis 99 Euro gibt es leider 0 Punkte. Ab 100 gibt es 10 Punkte. So ist es alles komplett skaliert. Wie ihr sehen könnt, so könnt ihr dann sammeln und dann eure Preise oder die Prämien, die wir dann reinstellen, einlösen. Wir zeigen gleich an einem Beispiel, wie das funktioniert. Aber wir gehen mal nochmal kurz durch die App. Produkte, ist ja klar. Produkte, Motorräder, kommen wir auf die Harley-Davidson-Seite, wo unsere neuen Modelle drin sind. Bei HD Originals kommen wir auf unsere Gebrauchten in der Gruppe. Sei es egal welchem Laden, könnt ihr sehen, was da ist. News. News Channel, sozusagen kommt ihr auf unsere Instagram-Seiten. Sei es Frankfurt, Hannover, Wiesbaden oder Wetzlar. Und auf dem Factory Group YouTube Channel, wenn ihr dann draufklickt. Bei mehr gibt es Standorte, gibt es Nachrichten und unser Kontaktformular. Wichtig ist, wie schon bei der Anmeldung gesagt, bitte lasst eure Push-Up-Benachrichtigungen an, da wir euch News schicken wollen, was es bei uns gibt, wann es bei uns gibt, Open Houses, neue Bikes und, und, und. Wir werden euch echt nicht zuspammen, lasst es einfach on. Steffi! Hallo Steffi! Hallo. Ich will hier was scannen. So, dann gehen wir mal in die App rein. QR-Code scannen. Zack. Herzlichen Glückwunsch. Du hast 20 Punkte erhalten. Weiter. So, wie zufrieden bist du? Super zufrieden eingeben. Bewertung später abgeben mache ich jetzt. Später. So, ich habe jetzt 99 Punkte. Steffi, das heißt? Du darfst jetzt ein T-Shirt aussuchen. Einmal hinten in den zwei Türmen. Hast du gesehen? Ein Punkt mehr, ich hätte mir zwei T-Shirts aussuchen können. Aber, ja okay. Nächstes Mal. Lass mal hier. Das soll es sein? Das soll es sein. Gut. Also, dann gehen wir mal hier hin. So, Prämie. Prämie einlösen. Einlösen. Damit man nicht einen Schlaganfall kriegt und sich oder irgendwie falsch entscheidet, was auch immer, wirst du nochmal gefragt. Einlösen. Jetzt haben wir fünf Minuten Zeit, es echt zu entwerten. Steffi, ich will es haben. Dann entwerte ich mal. Zack. Jawohl. Und? 49 Punkte. Die hat mir gerade 50 Punkte abgerippt, aber ich habe ein saugeiles Shirt. So funktioniert es, Leute. Also, Sachen kaufen, Punkte sammeln, Punkte einscannen. Dann hierher kommen oder nach Wiesbaden gehen oder nach Wetzlar gehen oder nach Hannover gehen. Schön die Punkte einlösen, euch coole Sachen holen und deswegen immer schauen, welche Prämien sind neu und wie ich es vorher gesagt habe, Push-Up-Benachrichtigungen anlassen, sonst wisst ihr nicht, welche Prämien es gibt. Steffi, tschüss, 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 auf Wiedersehen.